Eine Frage, eine Antwort. Das sind unsere Quick-Tipps rund um das Thema Sonnensegel. In diesem Video beantworten wir folgende Frage. Kann man hausseitig einen Sonnensegel nur mit Karabinerhaken befestigen? Bei wasserabweisenden Sonnensegelstoffen aus Polyester, Acryl oder PVC können Sie mit jeweils einem Karabinerhaken pro Wandbefestigung an der Hauswand arbeiten, wenn Sie gegenüberliegend Masten oder Stangen mit Flaschenzug-Sets einsetzen. Wasserabweisende Qualitätssonnensegel geben nur noch geringfügig nach. Wenn Sie dabei nur Karabinerhaken ohne Segelspanne einsetzen, müssen Sie sehr passgenau arbeiten, sodass Sie gestrafft das Sonnensegel mit dem Karabinerhaken in die Ösen der Wandbefestigung einhaken können. Hierbei müssen Sie das Sonnensegel mit den Befestigungen und dem Spannmaterial zusammen Schritt für Schritt montieren. Mehr zu diesem Thema finden Sie hier in der Infocard verlinkt. Wenn Sie eine Zwei-Schritt-Montage vornehmen, also die Befestigung schon verankert sind und Sie das Segel erst ausmessen, es dann gefertigt und eingehängt wird, raten wir von einer Montage nur an Karabinerhaken ab. Und Vorsicht, hierbei handelt es sich um eine Profi-Montage, bei der man sehr genau arbeiten muss. Eine Videoanleitung finden unsere Shop-Kunden in unserem Premium-Bereich. Das Segel ist dann wandseitig gespannt und wird später durch den Flaschenzug der Masten bzw. Stangen nach vorne in den Garten gezogen und gestrafft. Dadurch haben Sie zusätzlich eine geringe Lücke zwischen Segel und Wand. Der Vorteil, Sie sparen Geld und Platz. Allerdings muss die Positionierung der Wandbefestigung ohne zusätzliche Segelspanner wirklich passgenau erfolgen. Sie haben ein HDPE-Segel aus einem Netzgewirke? Nutzen Sie bei Sonnensegeln aus HDPE aber pro Segelecke auf jeden Fall einen Segelspanner oder Seil- oder Flaschenzug wandseitig, da sich HDPE-Sonnensegel im Laufe der Zeit noch stark dehnen können. Viele weitere Informationen rund um Sonnensegel finden Sie auf unserem YouTube-Kanal oder in unserem Online-Shop. Haben Sie noch eine offene Frage? Schicken Sie uns die einfach zu.